Da gibt es Dinge, die sieht man einfach. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die man tun muss. Damit es funktioniert. Manchmal braucht es einen Partner, um Dinge wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Oder einfach, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Und wenn etwas nicht perfekt ist, kann es auf dem kürzesten Wege geregelt werden. Es macht Spaß, wenn die Gästen reden, ihnen zu helfen, Sachen verbessern, selber anzupacken. Manche Dinge lösen sich dann, wie von selbst. Moonshine for what you need. You got the fever, I got your medicine.